Achtung, Alcatraz! Ich hab vorhin den Funk von Cell abgehört. Die wollten sie zu einem Gefechtsstand in der Wall Street bringen. Ich kenne den Ort. Es gibt dort mit Sicherheit eine Nanoshoot-Mulde mit Tiefenscan-Funktion. Wir müssen uns die tieferen Schichten ihres Anzugs mal ansehen. Es ist sicher gut abgeriegelt. Aber unter der Straße gibt's einen Notfall-Evakuierungstunnel. Geben Sie sich zur Wall Street-Kirche. Dort kommt der Tunnel raus. Gehen Sie über die Dächer, das ist sicherer. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dort. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Sie haben wohl Schiss vor den ZEV. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. Gehen Sie, Mann. interesting. Gehen Sie wenen Maximaler Panzerung. Die Oversight hier ist Smaragd 1. Mehrere Staffläufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. Da sind die Unterstützung. Verstanden. Halten Sie durch. Smaragd 3 ist unterwegs. Die Oversight hier haben die Koffe gesetzt. Kontrollpunkt Delta. Wo bleibt die verdammte Passage? Wo muss sich das Kontrollpunkt mitnehmen? Wir haben uns wirklich durch den Kontrollpunkt, Mann. Sie müssen einen Weg aus, Herr Ruppen. Rätische Bedrohung identifiziert. Einsatzenswieder aktualisiert. Kampferd aktiviert. Man am Boden, man am Boden. Sieht aus, als wären die Straßen völlig abgeriegelt. Versuchen Sie mal durch eins der Gebäude zu kommen. Und wir die Marikade des Arials. Ich habe Bewegung. ... ... ... Scheiße, alles anders. Was? Überall Cell-Uniformen. Da ist so eine Art Generalabriegelung im Gang. Ich werde etwas Hilfe brauchen, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen. Sie müssen bei der Kirche für Abdenkung sorgen und die Soldaten von der Wall Street weglocken. Und dann, ähm, nehmen Sie den Zugangstunnel für Notfälle und wir treffen uns auf der anderen Seite. Die wird jetzt gern abgeschlossen. Ziele identifiziert. Sorge für Abdenken, um zu helfen. Hilf! Hilf! Warag 3! Wie ist die Lage? Er ist Warag 3. Profit ist durchgebrochen. Er kann aber nicht mehr über die Wände zu sehen. Er kommt in Ihre Richtung. Er fötet diesen überflogen Schweinehund. Sie werden bereit sein. Bei uns kommt er nicht durch. Zauberflag im Team jetzt. Zauberflag im Team jetzt. Zauberflag im Team jetzt. Zauberflag im Team jetzt. Das war der Krieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was zum Teufel war das? An alle Wall Street Sektionen, Explosion bei der Kirche Sektor Delta. Schicken Sie Unterstützung. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Achtung, Sie beschließen eine hohe Sicherheitszone. Denkungsverzüglichen Kaffeele sei beeindruckt. Er gilt für die Sicht des einem autorisierten Zellnerleiter. Kontakt! Mocht man sagen, hier ist Marantzach. Wir haben eine Sekundärexperte und eine Kirche. Bitte um Verstärkung. Roger. Schicke Verstärkung. Durchhalten. Okay, es funktioniert. Aber Sie werden in Ihre Richtung kommen. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Bitte passiert. Betritt den Fluchtdruck. Okay, das ist Ihre Chance. Gehen Sie durch den Zugangstunnel. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Tau wird aktiviert. Also gut, kämpfen Sie sich durch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Er gibt sich nicht zur Umladung. Das ist eine. Wae du richten. Untertitelung des ZDF, 2020